Dieser wunderschöne Ford B-Marx Titanium mit Automatikgetriebe könnte schon bald vor ihrer Tür stehen. Der Motor erfüllt die neuesten Abgas- und Umweltvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und elektrischen Außenspiegel bieten Beste Übersicht. Schiebetüren hinten erleichtern den Einstieg, ganz besonders durch das Fehlen der B-Säule. Schicke Leichtmetallräder unterstreichen den luxuriösen Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Beheizte Vordersitze bieten viel Komfort und eine hohe Sitzposition. Fußmatten gehören bei uns übrigens dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem B-Marx schützt Sie rundum mit ABS, ESP, Airbags, Nebellampen vorne und der heizbaren Frontscheibe. Die Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehaben. Zum CD-Radio gibt es auch eine Bluetooth-Freisprechanlage vom Typ Sync. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem eleganten Ford B-Marx Titanium mit Automatik und mit seiner umfangreichen Ausstattung. Wenn Sie viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zweierer Garantie. Auf Wunsch gerne verlängerbar. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie dann einfach Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen.